Mekan wurde Sündenbock, neuer Trailer nochmal drauf. Die Enthüllungsdoku um Prinz Harry, 38, und Herzogin Mekan, 41, geht in die nächste Runde. Das Paar sorgte mit seinem Umzug in die USA und dem großen TV-Interview mit Alk-Ikone Oprah Winfrey, 68, schon für eine Menge Unruhe im britischen Königshaus. Mit ihrer Doku Harry und Mekan setzen die zwei in den Augen vieler Royal-Fans dem Ganzen die Krone auf. Jetzt wurde der Trailer für die nächsten Folgen veröffentlicht, und darin legen Harry und Mekan nochmal kräftig nach. Den Vorgeschmack auf die kommenden Episoden gab Netflix jetzt Preis. Darin kommt etwa Lucy Fraser zu Wort. Die mit der Duchess of Sussex befreundet ist, Mekan wurde zum Sündenbock für den Palast. Deshalb haben sie Geschichten über sie verbreitet, egal, ob die stimmten oder nicht. Zu dramatischer Musik wird vor allem die mediale Berichterstattung über das angespannte Verhältnis der einstigen Zutsdarstellerin zu ihrem Vater Thomas Makeler SR, 78, thematisiert. Auch die Juristin Jenny Afia spricht in dem Trailer. Es war ein regelrechter Krieg gegen Mekan und ich habe Beweismittel gesehen. Dass es innerhalb des Palastes Versuche gab, sie schlecht zu machen, schätzt die Expertin die Lage ein. Die neuen Folgen der Doku sind ab dem 15. Dezember abrufbar.